hallo ich bin herzlich willkommen zur dritten aufnahme nein zum dritten video wieder 8x1 wieder caravan und ja heute ist der dritte erste heute ist der erste tag wo ich nicht zu hause bin im neuen jahr und ich freue mich dass ich nicht zu hause bin ihr seht das video natürlich trotzdem wird der bock der ist motiviert da ziehen wir mal entgegen kommen hat er schon genug blöcke caravan kommt das immer so kommt das immer so schnell vor ich weiß auch nicht spawn of caravan im bronzer schneller oder so ist der weg so kurz zwischen den inseln ja der fliegt jetzt erst mal oder so ihr seht das video natürlich trotzdem ich bin aber nicht zu hause genauso wie morgen und übermorgen über übermorgen auch nicht bis zum fünften bin ich also weg und sechsten weiß ich noch nicht aber bis dahin wird es auf jeden fall also so gesehen fast eine woche wird vor produziert sein und den rest werde ich wahrscheinlich im neuen jahr aufnehmen und habe ich nicht gesehen dass meine blöcke leer sind ich hoffe ihr hattet bis dahin bis jetzt schon mal spaß wieder dass ich ein paar videos rausgehauen habe sind natürlich nur in klammern nur normale wettungsrunden aber die hatte ich ja damals auch einige ich werde mich bezüglich neujahr auch mal wieder natürlich noch aufnahmepartner umgucken dann wird das ganze natürlich auch wieder ein bisschen spannender so kurzfristig wie ich das jetzt alles hier auf die beine gestellt habe ging das natürlich leider nicht aber zum nächsten jahr hin werden dann noch wieder aufnahmepartner dabei sein das heißt ich werde nicht wieder diese langweiligen 8x1 videos alleine hochladen das ist jetzt eine woche so aber wenn ihr natürlich auch mehr 8x1 alleine sehen wollt könnt ihr das natürlich auch in die kommentare schreiben für mich ist jetzt erstmal wichtig dass ich sofort wieder ein paar videos rausgehauen habe zum neuen jahr und ich hoffe dass er quick zack auf geht's um uns das bett der typ der wird sich jetzt nicht wundern warum sein bett ist er wird nur gas geben er gibt gas ist richtig am am flyen dran wie er da baut alter muss jetzt los können wir lassen ihn noch ein bisschen bauen runtergeplumpst er hat ein schwert nein nein scheiße verkackt oh man scheiße ist er das ganze gold ich dachte nicht dass er ein schwert hat das passiert wenn ihr rumtrollt jungs schuld nicht rum macht keine scheiße zieht die runde durch wenn ich das jetzt noch verliere ne oh mein gott das wäre so bitter ähm ja brustplatte brauche ich auf jeden fall food werde ich jetzt auch brauchen äh ja der ist schon wieder da er geht jetzt doch zu der anderen base kacke ich hätte nicht rumflachsen sollen mies das hoffe ich einfach nur dass er keinen aim hat ich weiß nicht ob er in meinem adac so gut das aim hat 13 hat er auf jeden fall wir warten bis er wieder shoppt ein bisschen er tauert sich er ist eine fucking legende er weiß wie man spielt man er weiß wie man abfuckt wieso treffen randoms seit neuestem immer ok wir lassen ihm jetzt ein bisschen Zeit um derzeit equippen wir uns gut der Typ geht in die Mitte ey wie ich ihn hasse ah ok es wird ein lustiger langer Weg in die Mitte jetzt für mich er hat nichtmals eine Brustplatte er hat nur ein Schwert und ein 13er das ist alles was er gerade braucht was macht ihr heute so schön schreibt es jetzt in die Kommentare ja moin alter ja der Typ hat Ausdauer ich nicht jo Mois genau dafür habe ich euch dabei seit wann treffen randoms bitte seit wann die haben früher nie auf dem one way getroffen ja er ist down dank Gott alter einmal im Leben Glück gehabt ja wie machen wir das jetzt mit dem letzten wo ist denn der überhaupt ein Violett ok das heißt ah dann war das wirklich der der da gerade rumgehampelt ist da hinten auf der anderen Insel wieder in der Weltreise bis dahin der Typ baut sich mit alter kriege Aggression ey diese Runden ich wollte das ich wollte gerade sagen bauen wir ab jetzt safe ok nein baue ich nicht baue ich einfach nicht safe ok schade dass er sich jetzt nicht noch hochdauert weil er baut rückwärts das wäre lustig geworden wenn er so langsam shoppt wie er baut haben wir noch Chancen er geht jetzt nicht zu der anderen Basis er geht jetzt er geht zurück in seine Base danke Gott danke immerhin das ein bisschen Eventar aussortieren bitte lass ihn langsam kaufen ich habe doch gesagt bitte lass ihn langsam kaufen Gott bitte erhör mich doch einmal man das wird doch wieder nix ey ich habe noch zwölf Minuten Zeit bis ich wieder los muss eine langsame qualvolle Runde qualvolle Runde qualvolle Runde qualvolle Runde ja moin ich warte jetzt hier bis er wieder in die Mitte kommen will und dann kill ich ihn und das wird genau jetzt sein er wird nicht checken dass ich hier bin hier liegt Gold er will das Gold haben bitte lieber Gott lass diese Taktik funktionieren er wird nicht checken dass ich hier bin er ist ein Rand er kann es nicht wissen er weiß es wieso weiß er es wieso weiß er es wieso bitte lieber Gott alter er muss mich doch jetzt sehen oder kacke er geht aufs Baumdach geht er zu mir gehe ich zu ihm das sage ich euch sowas er geht zu mir gut damit wäre das dann auch wieder geklärt ja komm lass den Typen wieder Aim haben so und jetzt kann er mich am Arsch nochmal kommst du nicht an Gold mein Freund so die Achtung Gold brauche ich leider noch für die Eisenbicke ne man alter kann jetzt nicht angehen alter will mich doch verarschen geht der jetzt nicht down er ist wieder nicht down natürlich mache ich mich jetzt noch nicht fertig erst wird die Aufnahme beendet und danach wird sie fertig gemacht man muss Prioritäten setzen die Priorität sitzt gerade leider in dieser Runde tut mir leid Vater oh man nein bitte ich habe jetzt keinen Bock zu verlieren ich lasse mit mir echt vieles machen aber ich lasse mir nicht noch die dritte Aufnahme versauen komm doch einfach ich hasse Randoms ehrlich das ist jetzt der zweite mit dem 13 in dieser Runde der hat echt noch mehr Ausdauer als ich dachte oh Gott wie ich ihn hasse wie ich ihn hasse wie ich ihn hasse komm doch jetzt bitte einfach zu mir bring mich um hey wake up ich will Alter jetzt kommen sie alle an und nerven mich oder auf geht's Bruder aufs Dach komm lass uns Spaß haben Tanz Tango mit mir Bruder Tanz Tango mein Tango ist ein anderer als den du äh als der den du kennst man er will mich doch einfach nur noch verarschen oder wie spielt man heute bitte heutzutage man lässt sich alles einrichten du willst so spielen dann spiele ich auch so Digi ich muss gleich los diese Runde ist gleich zu Ende egal ob auf deinem oder meinem Wege so und jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt bin ich sauer Alter jetzt bin ich sauer jetzt hast du kein Gold mehr jetzt hast du gar nichts mehr dann killst du mich jetzt in deiner Base dann liebe ich dann liebe ich diese Runde und das auf Aufnahme das kommt auf YouTube Alter Rage Quit wegen Random wegen zwei 13er Randoms Alter entfernt Gold bitte ne kann man ja kann man ja ausstellen mittlerweile sollte ich mal langsam spielen mit diesen Settings jetzt kannst du mich ja setzt deine Schäfchen genau wie lange hast du gebraucht um die zu kaufen die dann runterlaufen wo bist du runter mit dir jetzt einfach nur noch sterben bitte danke danke man danke dass diese Runde noch ein Ende findet ich hätte es nicht gedacht danke lieber Gott ich hab euch alle lieb danke fürs zugucken bis morgen ich hab keinen Bock mehr ciao Wir sehen uns beim nächsten Mal.